Ja hallo, mein Name ist Philipp Resch, ich bin der Geschäftsführer der Sinksenk GmbH und in diesem Video möchte ich meine Empfehlung Robert Posch von Robert Posch Immobilien aussprechen. Robert Posch ist wirklich ein sensationeller Immobilienmakler. Man fühlt sich von Anfang an richtig gut aufgehoben, richtig gut beraten, man fühlt sich verstanden. Ich glaube das ist auch ganz ganz wichtig. Er ist jetzt nicht so ein Immobilienmakler, der die Tür aufmacht, die Tür zu macht, sondern er versteht dich, er weiß was du brauchst, er vermarktet die Immobilie sensationell, muss man wirklich sagen. Besser geht es nicht, also ich hätte mir bei meiner Immobilie diesen Preis zu dem er es veräußert hat, hätte ich mir nicht erwartet und deswegen möchte ich ihm einfach danken, auch in Form dieses Videos und ihn wärmstens weiterempfehlen. Vielen Dank lieber Robert Posch. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.